Wie erstelle ich einen Kanal auf Zwietracht und niemand kann darauf schreiben? Vielleicht möchten einige Benutzer einfach nur einen Benachrichtigungskanal in Discord erstellen und andere haben nicht das Recht und die Erlaubnis, Nachrichten oder Texte zu schreiben und Inhalte wie Fotos und Videos darin zu senden. Tatsächlich ähnelt dies dem Erstellen eines Kanals in Telegram, in dem der Benutzer die Nachricht nur lesen und nichts schreiben kann. Dazu können Sie sowohl einen Computer als auch ein Telefon verwenden. Ich benutze das Telefon hier. Klicken Sie dazu auf diese Option. Wählen Sie den gewünschten Server aus. Klicken Sie dann auf diese Option und rufen Sie den Abschnitt Einstellungen auf. Scrollen Sie nun nach unten und klicken Sie auf diese Option. Geben Sie diesen Abschnitt hier ein. Gehen Sie ein wenig nach unten und deaktivieren Sie alle diese Optionen im Textnachrichtenbereich, damit andere nicht das Recht haben, Nachrichten zu senden. Bestätigen Sie es dann oben auf der Seite. Dadurch wird es niemandem erlaubt, Nachrichten auf dem Server zu senden, dessen Einstellungen Sie geändert haben. Bitte liken und Kanal abonnieren. Wenn Sie es dann erfahren haben,